Gebet Sind wir Zwerge auf dieser Erde oder Riesen auf diesen Wiesen? Die Vögel singen, mein Glück, früh am Morgen, ich verzückt. Feuer wärmt uns alle hier, mein Gefieder, meine Zier, mein Feuer, mein Leben, will es euch weitergeben. Suchte lange, fand es nicht, hier im Dunkeln erstrahlt mein Licht und es wird helle. Doch es geht nicht auf die Schnelle, ein kurzer Weg, ein langer Versuch. Wer hat mich hierhin gebracht? Wer hat mich niemals ausgelacht? Ist es der eine oder doch die? Manche Fragen enden nie. Und doch, so ist es sein Wille, finde ich die Antwort in der Stille. Niemals allein und immer verbunden, so will ich die Natur neu erkunden. Ich danke dem Kreis, danke dem Clan und es verschwindet jeglicher Wahn. Ist es Alarm oder doch ein Kontaktruf? Bodennah? KBV? Sind wir eins oder viele? Ist es ernst oder ein Spiele? Die Fragen enden nicht. So gebe ich Ruh. Lausche der Antwort. Sie kommt im Nu. Danke, sagen, bitte sehr. An diesen Ort komme ich so gerne wieder her. Der Kreis schließt sich. Ich freue mich. Und wenn du jetzt. Vielen Dank.